Was ist die Technologie? Dass ihre Theorien, sagen wir mal so, zum Großteil eigentlich bewiesen sind. Zuerst muss ich eingestehen, einen objektiven Beweis gibt es bis heute nicht. Also ich habe nirgendwo einen außerirdischen Gegenstand gefunden, den ich triumphierend der Menschheit zeigen könnte. Ich sage, schaut mal, ihr Herren von der Wissenschaft, das Stück ist nicht von der Erde. So etwas gibt es noch nicht. Aber was es gibt, sind Indizien und die sind derart stark. Man kann sie nicht widerlegen. Jetzt haben sie was angeschnitten, Klonen. Ich habe schon in meinen früheren Büchern, schon vor 35 Jahren, spekuliert. Und da muss ich sagen, das war nur eine Spekulation. Adam und Eva seien nicht nur auf einem evolutionären Prozess entstanden, sondern da sei zusätzlich noch was dazugekommen. Und heute also eine gezielte künstliche Mutation, ein Eingriff in die menschliche Bahn, Erdbahn. Und heute sieht man tatsächlich, die Genetiker machen es. Wir haben in alten Legenden, aber auch in den Museen, Mischwesen. Was ist zum Beispiel die Sphinx? Ein Löwenkörper und ein Frauenkopf. Was ist der Minotaurus in der griechischen Sage? Ein Stierkörper und ein Menschenkopf. Das sind Mischwesen. Jetzt hat man immer geglaubt, das ist alles Legende, Fabel, Fantasie. Die Menschen haben sich was ausgedacht. Inzwischen wissen wir, demnächst, und wir haben darüber an der Uni Bären kürzlich geredet, demnächst könnten unsere Genetiker, wenn man sie lässt, Mischwesen machen. Die Frage ist noch zu. Das ist eine andere Geschichte. Oder vor 35 Jahren habe ich spekuliert, Außerirdische seien da gewesen. Da kam sofort der Einwand, ja wie denn um alles will. Erstens, gibt es überhaupt Außerirdische? Zweitens, wie schauen die aus? Drittens, das sind ja Lichtjahre von die Stanzen. Wie sollen das überbrückt haben? Inzwischen wissen wir, wie man die Lichtjahre überbrückt. Wir Menschen können es zwar noch nicht, so die Vorurteile sind gefallen, und die Technologie und die Wissenschaft ist eigentlich auf Erich von Däniken zugekommen. Was mir natürlich sehr gut tut, das ist ja klar, und das wird wohl noch so weitergehen einige Zeit. Sie haben jetzt gerade ein Thema angesprochen, das natürlich immer wieder bewegt hat, Erich von Däniken und die Wissenschaft. Früher ja, eben wie schon vorher gesagt, als Märchenerzähler abgetan. Es ist mittlerweile eine Annäherung zwischen Wissenschaft und Erich von Däniken. Selbstverständlich. Das liegt aber an beiden Teilen. Zum einen, die Wissenschaft hat gesehen, dass einige dieser Voraussagen oder auch Spekulationen, Hypothesen eintreffen oder möglich sind, dass sie machbar sind. Zum anderen ist der Erich von Däniken älter geworden. Mein Gott, früher war man ein bisschen ein dummer Junge. Inzwischen bin ich ein alter Herr, 66, und man wird nicht mehr böse und streitet nicht mehr mit der Kritik, sondern man redet miteinander, man sucht einen Konsens. Und ich habe sehr, sehr viele Einladungen an Hochschulen, vorwiegend am amerikanischen Raum. Das läuft gigantisch. Da habe ich vor ein paar Monaten an der Harvard University USA einen Vortrag gehabt, hinterher mit einer zweieinhalbstündigen Diskussion. Und das endete mit einer Standing Ovation. Das ist schon wunderbar, das tut gut. Wir haben hier zur Zeit in Linz einen Kongress. Und die Menschen in diesem Kongress befassen sich genau damit. Das ist die Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. Und da haben wir immer wieder sogenannte Brainstorming-Sitzungen. Also ein paar klugen Leute hocken zusammen. Ich bin meistens einer der Dümmsten davon. Und dann stellen wir genau die Frage, warum? Was haben denn die Ausrittischen davon? Wir sind in diesen Sitzungen auf 18 mögliche Varianten gekommen. Von einer einfachen Variante wie purer Zufall. Hier im Raum steht unser Sonnensystem vorbei, hat gemerkt, dass es da unten schön grün ist. Von entdeckten primitive Lebensformen bis zu sehr komplexen Modellen. Wo man davon ausgeht, dass jede intelligente Lebensform immer die Tendenz hat, sich auszubreiten. Das haben wir im Kolonialzeitalter gemacht, dass wir die Erde immer mehr besiedelten. Und das geht auch in einem größeren Rahmen. Die Erde haben wir immer als geschlossene System betrachtet. Offenbar ist sie das nicht. Und demnächst, in einer Zukunft, das kann 100 Jahre oder 200 Jahre voraus sein, wiederholen wir das Spiel. Wir wiederum betreiben Raumfahrt und infizieren quasi wieder andere Planeten, wo Lebensbedingungen möglich sind in unserer Art und Weise. So, das ist ein ewiges Spiel. Man nennt es in der Wissenschaft auch Panspermia. Das Leben wird immer weiter ausgebreitet im Universum. Da kommt logischerweise die Frage, ja wo hat es denn angefangen? Entweder landen wir bei Gott, ganz respektvoll bei der Philosophie, man wird ganz winzig klein als Mensch. Und sagt, hier ist Gott der grandiose Geist der Schöpfung. Oder, was bestimmte Wissenschaftler vorschlagen, ein dauernder Kreislauf. Ja und jetzt? Jetzt könnte ich ein Blatt Papier nehmen, mit einem Zirkel einen perfekten Kreis drauf machen, könnte den Ihnen geben und sagen, bitte beantworten Sie mir der Frage, wo hat der Kreis begonnen? Ihre Logik sagt Ihnen, der muss einen Anfang haben. Aber Sie können die Frage nicht beantworten. Wie oft wurden Ihre Bücher verkauft, weiß es der Erik von Däniken? Ja, weltweit sind wir zur Zeit bei etwa 62 Millionen Exemplaren in 28 Sprachen. Heißt doch, dass irgendwo ein Bedürfnis in dieser ganzen Thematik da ist, sonst wird man die umstrittenen Bücher ja nicht lesen. Wie geht es dem Erik von Däniken privat? Eigentlich sehr gut. Ich sollte das gar nicht am Fernsehen sagen, aber seit diesen 66 Jahren, seit Jugendzeit, ich trinke hier und da, ich rauche immer noch. Und mir fehlt eigentlich nichts. Die Götter sind mir gnädig. Ja, jetzt gehen Sie ja wieder groß auf Tournier. Es wird auch drei Vorträge in Österreich geben, die Themen dort. Ich zeige den Zuschauern von allem Anfang an Bilder. Stehende Bilder in Form von DIA und lebendige Bilder in Form von Video von der ersten Sekunde an. Und Sie sehen die unglaublichsten Sachen der Welt, die Sie nie gesehen haben. Das geht so anderthalb Stunden und es ist meistens still. Ich habe vorhin von Peru erzählt, von dieser Wüstenfläche. Da fliegen wir natürlich drüber gigantisch. Vor einigen Jahren ist ein kleiner Roboter in der großen Pyramide in Ägypten in einen Schacht hineingefahren, von dem die Fachleute immer glaubten, der Schacht Ende nach acht Metern blind. Es sei ein symbolischer Schacht. Der Roboter fuhr 64 Meter rein und kann zum Stillstand vor einem kleinen Türchen mit zwei Metallbeschlägen. Sie sehen den Film nur bei mir an den Vorträgen. Das ist super. Jetzt muss die Frage natürlich aufkommen, was ist denn hinter den Türchen? Wissen wir doch nicht alles über die große Pyramide. Und so geht das weiter. Es ist sehr, sehr spannend. Ja, dann sagen wir danke für dieses wirklich hervorragende, wahnsinnig interessante Gespräch. Meine Abschlussfrage, welche Visionen oder welche Träume hat denn Erich von Däniken noch? Vor Jahrtausenden als außerirdische da waren, meiner Meinung nach, da haben die versprochen, sie würden dermaleinst wiederkehren. Ich weiß, alle ausgestorbenen kleinen Gruppierungen, nennen sie Inka, Maya etc., irgendwelche Insulaner, die alle kannten diesen Wiederkunftsgedanken. Und was haben denn die großen Religionen? Wir Christen warten auf Jesus, die muslimische Gesellschaft auf Mabi, die jüdische Weltreligion, wie wir alle wissen, seit Jahrtausenden auf ihren Messias etc. Was ist die Fantasie, was ist die Vorstellung, der Wunsch? Ich glaube, irgendwann tauchen die wieder auf. Und ich halte es viel vernünftiger, über solche Möglichkeiten ganz öffentlich zu spekulieren, zu diskutieren, als die Varianten unter den Tisch zu kehren und zu sagen, komm, schweig drüber. Es ist besser, auf einen möglichen Besuch vorbereitet zu sein, als dann schockiert zu sein. So mein Traum wäre, ich könnte sowas noch erleben. Gut, dann wünschen wir Ihnen, vielleicht erfüllt sich Ihr Traum. Die Welt ist ja voller Rätsel, wahnsinnig interessant. Danke fürs Gespräch und Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Freude mit Ihrer Arbeit. Und wie gesagt, vielleicht erfüllt sich Ihr Wunsch noch. Herzlichen Dank und ich hoffe, ihr kommt alle am 27.09. wohin? Linz, Landeskulturzentrum. Das wäre wahr. Es ist Erich von Däniken dreimal nur, muss man sagen, in Österreich, einmal davon eben in Linz. Ja, das freut uns besonders. Am 27.09. werden wir im Landeskulturzentrum im Masolinenhof um 19.30 eben diesen Lichtbildervortrag präsentieren, die großen Rätsel dieser Welt. Und Karten sind entweder direkt bei uns erhältlich, unter unserer Telefonnummer können Sie mehrere Informationen erhalten. Das ist 0732 22 15 23 oder ansonsten in allen Linzer Kartenbüros und Vorverkaufsstellen, also zum Beispiel Linzer Kartenbüro, Kartenbüro Birngruber und auch über Ö-Ticket-Verkaufsstellen.